Wir sind wieder da beim Witcher und wir müssen dem Maler folgen. Das sind Probleme, die wir alle kennen. Und das ist großartig. Warte mal. Ich habe einen Katz, der schildert. Ja. Wenn du ihn so interessierst. Er hat nur die Arbeit ihrer Besten. Er ist schlecht. Oder ein Katz? Ja. Pierre Auguste Moustachauer. Es ist keine Überraschung, dass du ihn nicht gehört hast. Er ist ein zweiterer Hacker. Und ein Fiefer. Ja, das denkt sich plötzlich auch. Mal zu Fuß weiter gehen. Eine schöne Aussicht hier oben. Ja. Lädes, 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 forgive me for being forward, but have you perchance seen a set of paints and brushes nearby? Eugenie, I believe this peasant wants something from us. My paints, my brushes... I had prepared them. They were here. We've not seen any journeyman tools, my good man. Of that I assure you. They're a problem? Yes, an immense one. I cannot possibly paint without my paints. I'm done for. Unless you would be kind enough to locate them? Yeah, okay. Wouldn't happen to have another set with you? And nothing you could use instead? My word. Would you really have me scrawl with charcoal like an animal? Ah, damn it. Sure you left them here? Yes, right there. I'd prepared everything. Set it out, ordered and organized. Hmm, might have toppled downhill or something. Fine, I'll take a look around. Das stimmt doch was nicht. I think it is life that imitates art. And not vice versa. Right, you are Finno. You are Baron the Cordell for one. Oh yes. That knows. He actually had an age in large after he saw that the rap garage play. And now he's begun courting his cousin. Uiuiuiuiui. Upsa. Ah, here is was. Hm. Könnte ich jetzt nicht aufheben. Bestimmt muss ich da in diese Höhle rein. Ah, nee, hier ist was genau. Schauen wir mal. So, jetzt ist hier die Terpentinspur. Aha. Got paint drops here, too. Das war noch bestimmt Necker, oder? Okay. Another stain. Could very well be a lead. Got paint drops here, too. Da sind Necker da unten. Necker gehören, glaube ich, zu den Ogroiden. Da siehst du hier Draconiden. Da sind die Schleimlinge von neulich. Necker sind keine Konstrukte. Bei den Vampiren haben wir noch die irgendwen gefunden. Genau, Ogroiden. Junge Decker Geh, Geh, Geh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Oh, das wollte ich mir jetzt eigentlich schon noch ganz gerne anschauen. Ich glaube, ich schaue noch mal kurz runter, wenn es mich hier nicht erbröselt gleich, weil ich möchte mir das Fresco noch anschauen. Vielleicht gab es ja da doch noch mehr. Ui, hoppala. Der Maler wird schon auf mich warten. Ich frage mich, ob der Gustav oder Horst mit Vornamen heißt. Denkbar ist ja viel. Schaut ein bisschen eher aus wie ein Horst, finde ich. Ah, okay, geil. Sehr cool. Weißt du, eine Katze kann halt schon malen, aber den Neckar sollen es nicht können. Also, wieder aufs Pferd. Ich habe doch schon zwei Tränke intus. Come on, give it some thought. You could title the painting, A Witcher Lying Senselessly on the Heath. You jest. A jesting Witcher. Let's go. Come on. This the place? Yes. Just look at the view. Breast-taking. The perfect background for our masterpiece. Mm-hmm. Pretty, I guess. Now, you must carefully consider in what pose you wish to be immortalized. All right. Considering. All is ready. We may begin. Have you decided on the pose you'd like to adopt? Na, entspannt, natürlich. I think I'll lie down. At least that way I can nap while you work. The hero at rest, lying on his side, propped up on an elbow, staring into the distance, relishing a victory. I can paint in a griffin corpse later. Though, naturally, a nap is out of the question. We resolved that earlier. May I begin? Or would you prefer to strike a more dynamic pose? Ne, das sieht ein bisschen nach so Soft-Porno aus. Let me try something else. Ich glaube, ich nehme Plötze mit drauf. Nichts, Plötze wird's. Ja, mach schon. Das ist doch geil. Go ahead. Sechs Stunden des Schwertstämmen. Das intense Schauhle von einem wütigen Wildram, über die Hände zu schütteln. Ja, excellent. Jetzt, behalte das. Nicht schütteln. Sie, Herr, we'll beheader. Uh, this gonna take much longer? Not much, not much at all. We'll run out of daylight soon. Please, keep your head still. In the same position. Fine, I'll try. I'll also try to remember to never trust a painter again. Was nimmt man denn für Weifen? Bestien, oder? Was? 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 Was ist das? Is it safe? Yeah, come on out. And no wonder no one ever came here. It was a Griffon's hunting ground. Oh, that thing scared me to death. Not quite to death. You are alive. Not least because you chose a witcher to sit for you. How's the painting? It survived too? It did. But I cannot show it to you now. I never display unfinished work. You can see it tomorrow, after midday, where we met. I shall display it in the Market Square. Monstrous beast. Shall we immortalize it in the painting? Yeah, come. Yeah, let's add it. Carcass can serve as your prop. Splendid. Hmm. Interesting color palette. And the textures. And the proportions. It will do. Yes, it will do. But I shall paint it in later, in my atelier. There's an excellent illustration in the Encyclopedia Maxima Mundi. I fear this specimen is, well, too far cut and chopped. Ah, very well. That will do for now. I shall polish the details later. No point struggling on in this fading light. Ah, I almost forgot. Payment for your troubles. And I thank you for saving my life. Though in doing so, you did also save your likeness. Um, for posterity. Gut, einen Tag, dann können wir unser Bild anschauen. Greifend Trophäe. Die haben wir schon vom Anfang an des Spiels. Das war ja der erste größere Gegner. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir mal in die Quests, wie immer. Jetzt bin ich hier unten links. Da wird sich doch was anbieten in dieser Höhle hier oben. Diese Quest hier zu machen für das tolle Schwert. Die ist ganz in der Nähe. Das ist doch ein Plan. Na, ich schaue nochmal ganz kurz, ob wir hier noch irgendwas direkt in der Entgebung haben. Kamera-Aufträge. Halt. Ist auch keine jetzt direkt hier in der Nähe. Hä? Ach so, da muss ich drei Tage warten. Genau, das dachte ich mir schon, was ist da denn los? Das sind die Kaufleute. Die sind auch sonst wo. Steinbruch, das war ganz im Osten. Tufo ist so im Halbosten. Ach, das ist hier drüben. Ja, das ist doch auf dem Weg. Da reiten wir mal vorbei. Lesen wir nochmal kurz durch. Aber machen wir in der nächsten Folge. So als Teaser, was wir hier zu tun haben. Aber hinreiten tun wir in dieser noch. Ja, genau. Das ist dann mal der Plan. Die Frage, wie ich von diesem Berg runterkomme. Lebendig nehme ich gar nicht wahrscheinlich. Ich speichere mal, falls es uns jetzt der Brösel plötze an mich. Okay, also Plätze mag gar nicht mit. Dann gehe ich zu Fuß runter. Mit meiner altbewährten Snowboard-Methode. Das sind ja nur 150 Schritte. Pennen tun wir dann auch nochmal. Ach, das war Quatsch. Hey. Was wollt ihr denn jetzt? Also echt. Da kommt noch einer an. Okay, und hier unten ist ein Francois. Und während ich jetzt hier eine Runde meditiere, bis in die Morgenstunden, würde ich sagen, machen wir ein kurzes Päuschen und wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. Boß. Und, also.